Die Leitstimme, der damalige Rettungsdienstleiter, der zufälligerweise Dienst hat in der Leitstunde, hat gesagt, Jürgen, ich brauche dich. Das war so die erste Aussage und die hat sich bei mir ganz tief eingebrannt. Das finde ich war ein ganz prägender Einsatz, einer der prägendsten überhaupt, die ich in meinem DRK-Leben erleben durfte oder musste. Prägend auch deswegen, weil sich da auch vieles aufbaut. Wir haben uns das damals ganz toll hingekriegt unter den gegebenen Umständen. Ich war damals stolz als Einsatzleiter, wie viele Hilferinnen und Hilfer sich bereit erklärt haben. Aber es war auch sehr kompliziert, insgesamt dieses Zusammenwirken hinzukriegen. Aber es war eine tolle Zusammenarbeit auch mit Feuerwehr, mit Polizei. Es war nur sehr, sehr schade, dass wir nur vier Menschen damals das Leben haben reinkriegt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020